John grübelt in der Serie, gute Zeiten, schlechte Zeiten, noch immer, ob so's Tochter Clara von ihm sein könnte. Ich würde es mich mein Leben lang fragen, erklärt er Philipp, Jörn Schlöhnfugt, der einen Vaterschaftstest durchführen soll. Doch wird's, sie ist drei Monate alt, es könnte passen, gibt John Zoe zu bedenken, doch sie wiegelt ihn ab. Es gab noch mehr Männer außer dir in meinem Leben, du bist nicht der Vater und alles andere geht dich nicht an. Laut Zoe ist Claras Vater ein Security-Typ namens Mike. Wir hatten eine kurze Affäre, Details erspare ich dir, John traut Zoe nicht. Ich will einfach wissen, was Sache ist, und das ist mein gutes Recht. Und wenn du dich weigerst, dann wird Doktor Gerner den Vaterschaftstest gerichtlich durchsetzen, warnt. Doch Zoe versucht weiter, den Vaterschaftstest zu verhindern. Mal angenommen, es wäre dein Kind, eine Patchwork-Familie mit Laura wäre eine Option? Warum willst du etwas wissen, wenn du mit dem Wissen nicht leben kannst, und deine Ehe aufs Spiel setzt? Ich will dir klar machen, dass du die falschen Fragen stellst. Wenn Clara deine Tochter wäre, würdest du es kaum erwarten, mich loszuwerden. Und jetzt hast du Angst, mich nie wieder zu sehen, wundert sich Zoe nach dem Test, dessen Ergebnis noch auf sich warten lässt. Was willst du eigentlich? Sie hat das Kind die ganze Zeit vor uns geheim gehalten. Warum, wenn es nicht von mir ist, das alles macht doch keinen Sinn, teilt John seine Gedanken später mit Philipp. Währenddessen plant Zoe etwas unerwartet. Wie auf RTL Plus bereits zu sehen ist, gibt Zoe ihr Baby zur Adoption frei. Du hast was Besseres verdient, sagt sie, während sie den entsprechenden Antrag unterzeichnet. Dieser fällt John wenig später in die Hände. Er kann nicht fassen, was Zoe plant. Du gibst Clara zur. Doch Zoe findet, dass ihre Entscheidung John nichts angeht. Schauspielerin Lara Dandelion Seibert weiß natürlich, wer Claras Vater ist. Das ist crazy, sagt die Schauspielerin im offiziellen GZSZ-Podcast. Sie habe von Anfang an gewusst, dass Zoe Mutter wird, und von wem das Baby ist. Ich finde es auch wichtig, dann stellt man anderes Fragen, als ob man eine bestimmte Strecke schon kennt und weiß, zu welchem Ziel man kommen muss, erklärt sie ihre Herangehensweise an das Spielen ihrer Rolle. Zip Zip Untertitelung des ZDF, 2020